Achtung 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 ich schleiche mich gerade an neue Pferde an ich versuche mir ein neues Pferd zu ergattern Achtung 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 und yay gezähmt Krater Inventarmenü öffnen das machen wir natürlich gleich während ich euch begrüße hier zurück zu Immortals Phoenix Rising ein wunderbares Spiel auf der Switch stürzt hin und wieder ab alle zehn Episoden das heißt so ungefähr alle 300 Minuten gefühlt stürzt das Teil hier ab aber es ist ganz okay ich kann damit leben da haben wir eine 2er Austauschstitter nach Sonnenuntergang ist ja vielleicht etwas schwerer zu finden aber dieses 3er Austausch wiederkommen wenn du den brauchst naja wie auch immer ich bin euer keller Vater schön dass ich wieder da bin jetzt geht es weiter wir werden jetzt mal diese komische Festungsding da da fertig erkunden bevor wir da irgendwas anderes machen zumindest hier fertig umrunden wir haben zwar jetzt schon mal einen Weg hinein gefunden an einer gewissen Stelle hier ist ja ein bisschen trickreich und ich glaube nicht dass das so gewollt ist von einem entwickeln dass man so extrem trickreich an einer Stelle da reingeht sondern dass man da eher dich nehme ich jetzt mal weggefeuerst sondern dass man da eher wahrscheinlich durch eine Art Haupteingang dann eintritt in das Ganze jetzt ist es für mich so ich erkunde wahrscheinlich jetzt mal als erstes das Ding da was auch immer das ist und los na schau Äpfelchen ich liebe Äpfel vor allem wenn sie wenn sie Sprengstoff Äpfel sind also Granat Äpfel da drüben haben wir Markierung für eine Tartarösige Geschichte da wird nichts wir könnten zur Sicherheit noch mal da rauf klettern um zu sehen ob da auch wirklich nix drinnen ist muss man jetzt auch machen ich glaube da ist wirklich nix weiter an diesem Tempel Ding außer ich habe jetzt gerade okay nein nein tatsächlich ein leerer Raum interessant okay könnte sein dass ich das auszahlt dass wir das aufgekettet sind bin nicht sicher bin nicht sicher bin absolut nicht sicher aber wir schauen flopp 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 und geht schon ab okay zumindest für ein paar Äpfelchen für eine Handvoll Äpfel für ein paar Äpfel mehr da könnten wir jetzt rein in die Festung vorne wäre halt auch noch was cooles aber ich weiß ja auch nicht Leute ich weiß ja auch nicht da vorne sehe ich jetzt zwar keinen wirklichen Eingang aber wir können hier überall irgendwie über die Festung drüber gleiten wenn wir wollen ich bin ja noch nicht sicher ob das so gewollt ist dass man das machen hat ob wir da warten sollen ich weiß es ja nicht da unten sehe ich ein paar Äpfelchen das schaut schon mal nicht schlecht aus das machen wir als erstes ich höre irgendeine oh schon olympische Feigen das passt das ist immer das sind so seltene Dinge über die man sich immer freut weil die einem Angriffstränke bringen und Angriffstränke sind super holy moly der Geier der den Wagen zieht ja und da wir wissen dass es das noch nicht gewesen sein kann hier an dieser Stelle werden wir mal diesen Bergfried da abklappern und dann gehen wir zu der anderen Insel wo das Gewölbe des Tataros wohl anscheinend zu finden sein mag könnte ich höre doch was hört ihr das ich höre das was ist doch hier ich höre ich höre ein Schimmern hier können wir ja klettern wahrlich ich sage dir was ist denn das das sagte die zweite Triumphale die Fenix befreite es hieß etwas wie sterblicher du bist ein Schritt näher Nike zu vervollkommenen Typhon geißelte die Siegesgöttin um seine Herrschaft zu sichern in was für einer Sprache weiß nicht vielleicht nimm wohl Mandarinen Nike zu befreien habe ich gerade aus Versehen irgendeine oh Gott ich habe glaube ich aus Versehen tatsächlich irgendeine oder auch nicht ich bin mir jetzt nicht sicher wir sind hier und hier haben wir anscheinend auch schon was gemacht naja ok ist gut da unten sind Äpfel kann ich mich da abschießen lassen mit dem Teil das wäre super cool gesundheitstechnisch sind die da nicht äh sage ich mal geizig komm schieß mich ab schieß mich ab ich will dass du mich abschießt alter das ist ein Gerät das ist DER Gerät und da vorne sehe ich Adamant aber da da drüben sehe ich Zeug eine ganze Festung voller Zeug sehe ich da drüben das heißt ich muss da hin es tut mir leid aber es ist leider so diese Insel geht mal vor aha und da drüben sehe ich auch schon Gegner da drüben glänzt so schön da drüben glänzt so schön oh Gott oh Gott da sind Gegner die Sache ah scheiße ich habe mich verdrückt wurscht das sind nur kleine Fische die Flamme die Flamme ja Ihr blauen Viecher könnt mir nichts mehr. Gar nichts mehr könnt ihr mir. Oh yeah. Pum 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 pum. Hm. Okay. Kann ich nicht ein Abbild von mir machen in irgendeiner Form? Ich kann doch ein Abbild machen. Ich bin mir ziemlich sicher. Nur wie? Ah ja. Vogel. Vogel hilft nicht. Aber wir können eine Sache mal ausprobieren. Um zu schauen, was bringt uns das hier? Okay. Wow. Wow. Ah, jetzt. Na, komm. Oh oh. Oh oh. Das war... Ich vergesse immer, welcher der Pfeile der Pfeil ist, der die Geschwindigkeit reguliert. Ah, Pfeile? Alter, Control-Sticks, die meine ich natürlich. Oh yeah. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe irgendwas aktiviert gerade. Frage mich, ich weiß es nicht, aber egal. Der da oben müsste ja auch schon... Wieso bist du nicht freigegeben? Ich habe gerade so viele Gegner und so Zeug besiegt. Wodurch bist du noch blockiert, mein Lieber? Wodurch bist du noch blockiert, mein Lieber? Bist du vielleicht dadurch blockiert? Nein, was war das? Was war das? Ah ja. Du warst das. Tja. Tja. Okay. Es ist Nummer zwei. Wie heißt es denn hier eigentlich? Die Gegend. Namenlos. Ist okay. Was haben wir denn hier? Gar nichts. Gar nichts. Einfach nichts. Schade drum. Das hört sich metallisch an. Das Klettern. Und das Metallziegel. Es macht wohl den Eindruck, als ob das so Kupfer-Zing-Scheißdreck ist. Eher so Bronze. Bronze. Bronze, Bronze. So. Ah ja. Da drüben sind Gegner. Und da vorne ist auch noch irgendwas. Gehen wir mal zu dem gegnerlastigen Zeug da. Zwei von fünf. Ich hoffe, das zahlt sich aus, hier ein bisschen Radau zu machen. Oh. 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 Aber er ist kein Vergleich zu meiner Enkelin Hippolyte. Der Königin der Amazonen. Phoenix kann ihr nicht das Wasser reinnehmen. Ist das so? Oh. 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 Zelt Ja. Oh. luio. Oh. Oh. Oha. Oh. Profilber. Oh. 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 Es ist noch nicht genug. Es ist noch nicht genug. Es sind nur so ein, zwei Sachen nicht ganz klar. Da unten gibt es noch was. Gehen wir mal da unten hin, ist ja wurscht. Da unten sind noch Gegner. Und da ist auch irgendwas zu rollen, glaube ich. Bin mir aber nicht sicher. Schauen wir mal. Oh Gott, da ist so viel Zeug. Da ist so viel Zeug, Leute. Da ist so viel Zeug. Komm, komm. Na, ich bin sehr wurscht. Auf Geschisse. Und du, Großer, wie schaut es bei dir aus? Uh, der war zu schnell. Oh, geht heute gut. Okay, aber auch nicht. Jetzt haben wir da irgendwas Cooles jetzt gemacht. Oh, da haben wir nur Gegner besiegt. Ich glaube, wir haben nur Gegner besiegt. Hm. Da oben ist eine Schalttafel, sehe ich gerade. Nur für was ist die? So, kommen wir da ran an die Schalttafel. Hm. Ah, ja. Uh. Das ist ein cooles Himmel. Perfekt. Das heißt, es fällt noch eines. Und dieses eine wird da oben, glaube ich, sein. Es ist nur die Frage, wie löse ich... Wie löse ich den Blödsinn da oben? Da oben ist noch eine Tür, die mir quasi zu diesen Axtrifflochdingern den Weg versperrt für den Pfeil. Jetzt schaue ich mal da rauf. Hier. Um zu sehen, ob es da irgendwo einen Schalter gibt, der das ausknipst. Das Problem, das wir da haben. Ich höre einen Gegner. Ich komme da nicht drauf. Aber ich höre einen Gegner. Ich höre einen Gegner. So, geheilt hätten wir uns. Ah, schau, schau. Hoppla. Ah, schau, was ist das? Trickreich. Trickreich. Oh mein Gott, haben wir jetzt alles? Ich glaube, wir haben alles. Oh mein Gott, wir haben alles. Ja. Alle fünf sind's. Und jetzt dürften auch die Tore geöffnet sein. Kann das sein? Dass das auch die Tore noch geöffnet hat hier. Ja, das hat es. Wow. Wir haben die fünf aufmachen müssen, nur damit das hier geöffnet wird. Das ist ja mal was. Deshalb meint er mit Hippolyte. Keiner ist ein guter Schütze. Wie die Hippolyte. Das ist die, sage ich mal, antike Version vom Wanted-Film. Also, wo man die Kugeln im Kreis fliegen hat lassen um Schweinehälften herum. Damit die Schweinehälften nicht voller Blei sind. Ja, das war extrem viel Aufwand gerade. Sex ist okay. Oh, das ist... Das ist mir neu. Das Bein hat. Das Bein hat. Das Bein hat. Oh Gott. Kommt da jetzt schon wieder der Herrorchester her? Ich bin euer neuer Feld. Ja, freilich, oder? Es fühlt sich gerade so an, als würde dann gleich Geisterzone entstehen hier. Vielleicht täusche ich mich. Nein, ich habe mich eher getäuscht. Aber schaut mal, unerforschtes Gewölbe, das werden wir noch erforschen in dieser Episode hier. So, da unten ist was. Irgendwas mit Federn. Nicht jammern. So. Was haben wir denn hier? Einfach einen dummen Durchgang. Wirklich nur einen dummen Durchgang. Das gibt es jetzt aber nicht, oder? Wo ist denn das Gewölbe? Hoi. Hallo. Das ist wirklich nur ein dummer Durchgang. Naja, wurscht. Am sich wurscht. Weil das Gewölbe ist er auch... Oh, oh. Was war denn das jetzt gerade? Was war denn das? Das ist noch immer tiefer, als wir es sind. Das heißt, nicht irgendwo da rundherum fliegen. Höhle, Enge. Ah ja. Das schaut schon nach irgendeiner Struktur aus, die uns gefällt. Jetzt ist es höher, als wir. Also wird es irgendwo da oben sein. Das wird passen. Also, komm. Der Ausdauer lädt sich ja okay schnell auf, würde ich jetzt mal sagen. So. Haben wir es gefunden? Fehlende göttliche Kraft benötigt. Ha. Irgendwas mit einem Doppelsprung da vielleicht? Oh Gott. Wirklich? Okay. Das ist schade. Das ist wirklich schade. Die holen uns. Wir holen uns jetzt die göttliche Kraft da. Gibt es ja nicht. Echt. Nein, wirklich wahr. So. Besuchen wir mal wieder unsere Freunde. Desinfektionsmittel ist teuer, hat er gesagt. Keine Ahnung, was er damit gemeint hat, der Zeus. Wir werden sehen. Ich danke, wusste ich gar nicht, dass das das Teil des ewigen Frühlings ist. So. Gib mir göttliche Kräfte. Was brauchen wir denn? Schauen wir mal. Athenas Schub. Spurt nach vorne. Alle Gegner. So. Lässt einen starken letzten Schlag entsenden. Das sind richtig coole Dinge. Während wir... Durchlaserimmun. Wow. Entfesselt den aufgeladenen Schub der Athener. Der 814 Schaden. Okay. Er hört den Schaden des aufgelagene Schubs. Okay. Wow. Viel Zeug. Zorn des Ares. Wahrscheinlich ist sie das. Der Aufwärtsstoß. Der bringt uns auch in die Höhe. Der Aufwärtsstoß. Dann nehmen wir. Das ist mit L und B ist das. Nehmen wir. Okay. Und das andere ist... Erhöht die Anzahl von Treffern für Zorn des Ares auf 4. Richtet bis zu Zorn. Blablabla. Entfesselt einen aufgeladenen Zorn des Ares mit einem 100% höheren Wirkungsbereich. Aha. Beides muss man dann halten in dem Fall. Okay. Das ist einfach nur passive Fähigkeit da. Das. Erhöht den Schaden der Aufladung. Cool. Zorn des Ares. Macht schon ein bisschen Sinn, dass wir den haben müssen für das eine Gewölbe. Irgendwie. Wie viel Freude hat Zorn des Ares. Klingt irgendwie vernünftig. Als Episodentitel. Hey, was geht denn bei dir? Willst du was kaufen? Nein. Ich hätte da was. Nein, 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 nein. Tschüssi. So, haben wir da schon was? Ui, 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 ui. Nein, leider. Machen wir das. Beginnen. Getschur. Oh, nein. Nein, 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 nein. Ah, nein, diese Gewölbe, das ist nichts für mich. So. Ich sag mal akzeptieren, akzeptieren, akzeptieren. So. Hey Mädel, wie geht's dir? Alles cool? Das passt. Können wir schon eine Trankverbesserung machen? Ich glaube nicht. Können wir sowas machen? Das wäre eigentlich das Wichtigste. Ja. Yes. Oh, yes. Oh, da haben wir gar nichts zum Verteidigen. Interessant. Aber der Angriffstrang ist echt heftig. 90 Sekunden lang alle Waffen und Fähigkeiten. 80% Schaden mehr, 30% Betäubung mehr. Das ist cool. 40% mehr Verteidigung. Fügt angreifenden Gegnern einfach Schaden zu. Einfach so. Aus dem Nichts. Aus dem Nichts. Wir haben zu wenig von dem Bernstein Zeug. Das ist halt echt schade. Aber Heiltränke haben wir diesmal richtig viele. Oh Mann, was wollt ihr mit diesem Ubisoft Level Connect Blödsinn? Interessiert mich nicht gerade in dem Moment. Müssen wir mal schauen. Ich glaube da haben wir überall 1000 zu wenig. Ja, da müssen wir 8400. 8400. 8400. 1700 und 1210 Tests ginge eigentlich aber. Gut. Ist mir wurscht. Aber wir wissen, Gesundheit ist möglich. Und wenn es möglich ist, machen wir es natürlich auch. Ja, bedoodle. Mir gefällt die neue Rüstungsfarbe. Der ist nicht so schlecht. Und der Zorn des Ares, das heißt. Das ist cool. Warte mal. Jetzt machen wir nochmal. Und können wir dann nochmal hüpfen? Ja. Irgendwie schon. Aber irgendwie. Ja. Wurscht. Passt. Machen wir. Schauen wir mal, ob der Zorn des Ares das war. Was wir, was uns da gefehlt hat, um in diese, um in dieses Katakömpchen reinzukommen. Jetzt muss ich nur schauen. Hier kann ich mich einfach hin teleportieren. Alter, das wäre so cool. Nein, kann ich nicht. Für die Unerforschten. Das geht jetzt leider nicht. Aber geht das da? Bitte sag. Es geht nicht. Schade. Ja, willst du also machen? Ganz einfach. Unsere Hauptquest ist die Kriegskiefer. Die Kriegskiefer. Und da reisen wir uns einfach hin. So schaut's aus. Das ist einfach so mächtig. Irgendwie fühlt sich das an, als gäbe es hier Schätzchen. Warte, warte. Ich muss mich wegbreiten. Schaut das cool aus. Servus. Keinen Schritt näher. Ich bin Ares, der mächtige Gott des Krieges. Ich reiße dich in Stücke und zermalme dich zu Stau in meinen Tranken. Großer Ares, mein Name ist Fenix. Ich bin gekommen, um Typhon zu besiegen. Und dafür brauche ich Hilfe von dir, dem Gott des Krieges. Glaubst du, meine mächtige Klinge stünde jedem Dahergelaufenen zur Verfügung? Mach dich nicht lächerlich. Ich wollte dich nicht beleidigen. Ich schaffe es nur nicht ohne dich. Meine Geduld ist am Ende. Flieh, Flieh, Sterblicher, bevor du Zeuge deines vernichtenden Untergangs wirst. Ich werde mich an deiner Leber laben. Und an deinen Augen äpfeln. Und zu guter Letzt an deinem zitternden, furchtsamen kleinen Herzen. Mist. Na schön, ich bin aufgeflogen. Hör, bring es hinter dich. Hör, mich, dann hat das Schleid ein Ende. Na los. Was? Nein, nein, beruhige dich. Ich... Entweder du erweist mir die Ehre, oder die übernehmen das. Mag durchaus sein, ja? Hallo? Oh, oh. Hoppla. Ich will dir nix tun, mein Freund. Hey, wie wird denn das jetzt gemacht? Hey, warte mal. Der Stoß. Der ist so super. Total vergessen, dass ich den Stoß noch habe. Sprech mit dem Hahn. Das machen wir. So geil. Hallo Hahn. Gut, jetzt nimm auch mein Leben. Schlitz mich auf. Ich bin ein Huhn. Ein armseliges, kackerndes Federvieh. Bopop. Ich suche nach Ares. Ist er nicht? Ich bin es. Ich war einst der mächtige Kriegsgott. Nun bin ich nur noch ein Haufen Federn. Bist du sicher? Hinterlässt der Bär im Wald seine Haufen? Verzeih. Rupf mich schon. Erspar mir diese Schande. Aber du bist Ares, der mit seinem Wagen an vorderster Front kämpft. Sparta verdankt dir all seine Siege. Wo ist dein berühmter Stolz? Dein unbändiger Zorn? Hättest du nur unbändigen Zorn, dann hätte das ja ein Ende. Niemand schert sich noch ein Korn um mich. Seit wann kümmert den mächtigen Ares die Meinung anderer? Du hast Kriege entschieden. Du kannst auch Typhon besiegen. Du kannst doch immer noch, äh, Pläne schmieden. Oder nicht? Sieh mich an. Ich kann nicht mal ein Schwert halten. Ein... Auf dem Schlagfeld und alle lachen mich aus. Selbst meine geliebte Aphrodite wies mich ab, als sie mich sah. Ich habe Aphrodite zurückverwandelt. Ich glaube, du hast immer noch eine Chance bei ihr. Was? Eine wunderschöne Göttin und ein Huhn? Das ist bestimmt strafbar. Ganz sicher nicht strafbar. Sieh mal. Meine Kameraden, die Leute aus der Stadt, mein Bruder. Sie alle wurden von Typhon verflucht. Sie brauchen deine Hilfe. Du kannst mein Herz so sehr erweichen, wie du willst. Aber Tatsache ist, dass dieses... Dieses Tier dir nicht helfen kann. Ich bekomme Aphrodite nicht zurück. Und du kannst keinem Huhn den Hals umdrehen. Dein Bruder ist so gut wie tot. Hey! Geh. Ich will in Ruhe weinen. Was ich allerdings auch nicht kann, weil Hühner ihre Emotionen nicht durch Tränen ausdrücken. Sie fressen sie in sich hinein. Für alle Ewigkeit. Dann werde ich Aphrodite sagen, dass du aufgegeben hast. Was war das gerade? Ein Huhn ist eben ein Huhn. Ich sag dir besser gleich, dass du nicht kampftauglich bist. Vergessen wir deine Essenz. Du wirst dich nie zurückverwandeln. Schön. Sag dir, wie nutzlos ich bin. Selbst wenn mir die Essenz helfen könnte, schafft es sicher kein Sterblicher in das Gewölbe. Also vergiss es. Ist schon vergessen. Aber nur so aus Neugier. Wo wäre dieses Gewölbe denn? Da unten, verborgen hinter Trümmern. Man kann es nicht freilegen. Auch nicht mit diesem riesigen Speer? Probieren wir es. Bär, kannst du mir helfen? Hm? Ah. 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 Was ist das? blöder richtig positionierte riesen speer die hülle ist offen dann gehe ich mal rein gut ist eine beerdigung ruhe in frieden reines noch deine chancen sind gleich null aber mit meinem segen werden daraus 0,1 was für eine coole überblendung das hat mir sehr sehr gut gefallen kriegskiefer ich mache euch perfekt fängt das jetzt schon wieder an wir haben schon wieder gegeistert wir werden nicht gegeistert aber wir haben einen neuen segen bekommen arres zorn haben wir freigeschaltet mit jahrons münzen wir haben jetzt arres segen ach gott das geht ja dahin hey leute das ist unglaublich gut und da in der nähe ist auch eine mythische friskunerausforderung und kriegskiefer nicht jeder überlebt den feindseligen ebenen der höhle des krieges was könnte darunter lauern wenn ich das hungrige maul einer bestie apropos hunger können wir mal eine snackpause machen warte mal das kennen wir ja schon das kennen wir schon zumindest wissen wir dass arres in einen hahn verwandelt wurde das ist schon ganz witzig so schauen wir mal darüber was ist denn das für ein segen bitte das ist irgendwas cooles passiv effekt die combo anzeige hält doppelt so lange bis sie zurückgesetzt wird was bringt mir denn die combo anzeige das ist jetzt nichts ich weiß es nämlich nicht dass man es bringt das heißt wir können länger im leerlauf verbringen bevor die combo anzeige zurückgesetzt wird relativ einfach gesagt gut coole sache was haben wir denn hier geschmolzenes fragment ja ja genau dann haben wir hier medaille des achillois dann haben wir hier mitternachtsfragments und hier opferwein bronze topf so fähigkeiten genau dieser arres befehle ist ganz schön cool ja perfekt würde das nennen perfekt für diese episode zumindest sollte das mal vorerst jetzt ausreichen damit der cut